Jetzt gilt es ernst, wir reden jetzt mit der neuen Clips, Staffel 2. Meine Geschichte mit Gott ist fresh, vor allem in Vol. 2. Meine Geschichte mit Gott heisst verzichten. Auf Mitarbeiter, weil sie ständig rumwuseln und rumwiseln für irgendwelche Aufnahmen. Aber es ist gut. Super war es, mit Männern zusammenzuarbeiten. Meine Geschichte ist überzeugend, weil einfach Menschen dahinter stecken, wo etwas erlebt hat wie Gott. Schön war mein Job. Ich musste nicht hier sein, sondern dick. Und konnte sagen, was sie hier machen. Ich finde die Geschichte einfach immer wieder den Hammer, wo ich sie hundertmal gehören beim Schneiden. Als ich die Geschichte gehört habe, haben sie mich extrem bewegt. Es kamen in die Tränen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ein Gott, der den Menschen in ihrer Not begegnet ist. Die Videoclips sind da für dich, um zu brauchen. Und darum schick sie weiter, lass sie auf deine Webpage, post sie auf dein Facebook, Twitter oder was auch immer du hast, um es irgendwie an die Leute zu bringen. Brauch es! Sie werden das Herz berühren, von allen, die diese Clips anschauen sollen. Ich glaube, dass Gott auch mit dir eine Geschichte schreiben möchte. Ich schätze die Geschichte schien. die Sendung auf eine Gebäude zu sehen.